Der Fußball-Podcast über Rapid und die Ausleer. Hallo und herzlich Willkommen zu Novo Folge 63. Ja, wir haben ein Wochenende hinter uns gebracht, das sehr erfolgreich war für die zwei Teams und sehr wenig erfolgreich für die Kampfmannschaften, lieber Stefan. Ja, hallo auch von meiner Seite. Besser hätte ich die Einleitung nicht machen können. Und das Wochenende hinter uns gebracht, klingt auch dementsprechend gut. Genau, aber auch wenn es nicht im Sinne der Austria war, du hast trotzdem ein erfolgreiches, sportliches Wochenende hinter dich gebracht. Ja, ich gebe das mal zu, ich war nicht im Stadion. Ich war beim Vienna City Marathon und habe den noch absolviert und bin zufrieden. Aber dementsprechend heute ein bisschen müde. Okay, dann ziehe ich gleich zur großen Feier für dich die Rapid-Tor-Musik anspielen lassen an dieser Stelle. Ah. Gut, dann hätte man es zum ersten Mal in diesem Moment, hätte ich das auch geschafft. Ich dachte schon, du hast es vergessen. Perfektes Timing. Aber auch von meiner Seite, Gratulation Stefan, tolle Leistung. Danke. Und ich habe zwar zeitlich noch gar nichts gehört, aber auf jeden Fall den Marathon einfach zu beenden, ist denke ich mir schon eine große Leistung und von daher Shampoo. Ich war so schnell, dass ich... Ich habe das Spiel gesehen und übrigens für alle, die sich bei der Austria, auf der Austria-Webseite einen Account machen, der ist gratis. Da kann man sich alle Spiele von der Austria in der Saison real life anschauen quasi. Also, falls das wem interessiert. Ich meine, ich weiß nicht, wenn ich einmal fade ist, kann man sich alle Tabis nochmal anschauen oder so. Oder wenn wir diskutieren über irgendwelche Sachen, habe ich mir auch schon einzelne Szenen nochmal angeschaut, ob das ein Fall war oder kein Fall war und so weiter und so fort. Also, das ist echt empfehlenswert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es das für Rapid auch gibt, aber wahrscheinlich schon, weil ich glaube, das ist ja so eine Kooperation mit Sky. Also, bei uns gibt es die definitiv auch. Man muss auch angemeldet sein und dann gibt es ja nochmal irgendwie so einen Plus, sage ich mal, Account, wo man dafür immer zahlen muss. Ich weiß jetzt nicht, was da alles mit reinfällt und was nicht. Okay. Aber dass es die Real Lives auf jeden Fall auch gibt, in kompletter Länge, weiß ich, ja. Genau. Ja. Aber Stefan, weil du schon so ein bisschen angefangen hast mit dem Austria-Match. Wollen wir damit gleich beginnen? Nein, wollen ist übertrieben. Würdest du damit gleich beginnen? Ja, bringen wir es hinter uns. Okay. Also, wie es ausgegangen ist, wissen wir eh alle. Große Überraschung, unter Anführungszeichen, weil für mich eigentlich nicht so die große Überraschung war. Darauf komme ich später zu sprechen. Austria Klagenfurt hat gewonnen. Austria Klagenfurt hat die erste Niederlage in der General Arena unter Michael Wimmer. Für die erste Niederlage in der General Arena unter Michael Wimmer gesorgt. Und dementsprechend sind jetzt die Köpfe unten bei der Austria. Nicht unbedingt der Gegner, gegen den man es erwartet hätte, dass man zum ersten Mal verliert daheim unter dem Trainer. Ja, wir haben alle eigentlich in der letzten Folge von einem Pflicht-Sieg gesprochen. Und wenn man auf die Tabelle geschaut hat und auf die Performance von Austria Klagenfurt bisher, dann hat man sich eigentlich auch nichts anderes erwarten können. Und wenn ich jetzt die Meisterrunde rekapituliere und mir an die erste Runde denke, wo wir 2 zu 0 gegen den Last geführt haben, dann am Ende noch ein 2 zu 2 herausgeschaut hat, dann der Fast-Sieg gegen Salzburg mit einer lächerlichen Elfmeter-Entscheidung zum Schluss, der ja noch zum X geführt hat. Also da wurden wir quasi um Punkte beraubt. Gegen Lask war man selber schuld. Dann das Darby gegen Rapid, wo auch eine umstrittene Elferentscheidung dann nicht geprüft wurde zum Schluss. Auch ein Unentschieden, auch eher unglücklich für die Austria, auch wenn wir dann im Endeffekt gesagt haben, dass das schon ein gerechtes Unentschieden war. Aber im Grunde genommen vom Spielverlauf her kann man da auch von einer unglücklichen Niederlage sprechen und dann auch noch mit dem Ellbogencheck von Treuf zum Schluss dann umso mehr. Und jetzt gegen Klagenfurt hat halt die Austria wieder ihr Diebengesicht gezeigt. Das ist quasi der kleinste Gegner unter Anführungszeichen in der Meistergruppe. Da, wo am wenigsten Spannung wahrscheinlich vor dem Spiel da war. Und das ist genau die Krankheit der Austria, die es da immer gibt. Kommt ein kleiner Gegner, ist die Spannung draußen. Man glaubt, das ist ein Selbstläufer. Und man hat gleich von Anfang an gemerkt, die Spieler sind nicht unter Strom gestanden. Man hat es nicht geschafft, Motivation auf den Platz zu bringen. Austria Klagenfurt wirkte frischer. Die Austrianer haben schwere Füße gehabt, wirkten müde, unkonzentriert, viele Fehlpasses. Gefehlt hat auf jeden Fall ein Tabakovic. Gefehlt hat auf jeden Fall ein Fitz. Der Fitz ist nun mal derzeit der Lenker und Denker im Spiel. Der Austria auch neben Braunöder. Tabakovic ist der... Und zudem war es dann auch noch zu heiß. Ja, und heiß war es auch noch. Das stimmt auch. Entschuldigung, ich sage das noch fertig. Tabakovic ist der, der eben die Tore schießt in letzter Zeit. Fast... Also nur er. Gut, wir haben da noch einen Gruber. Der hat auch getroffen. Der hat seinen Soll erfüllt, sage ich mal. Und heiß war es auch. Also es war wirklich der erste heiße Tag in Wien. Also nicht der erste heiße Tag in Wien, aber der erste heiße Tag für die Austria-Spieler, wo sie wahrscheinlich so ein anstrengendes Match gespielt haben. Und das ist jetzt gar nicht so unironisch gemeint. Das war auch übrigens beim Vienna City Marathon ein Thema, die Hitze. Und da sind viele Läufer zusammengebrochen, weil sie einfach die Hitze nicht erwartet haben und dann auch nicht gewohnt waren vom Training her, weil die Trainingszeit einfach kälter war. Hat sich ja auch mitgespielt, darf aber keine Ausrede sein, weil es wahrscheinlich für Austria-Klagenfurt dasselbe war. Das heißt wahrscheinlich? Naja, du, ich kenne das Klima in Kärnten nicht. Das ist ja doch südlicher als Wien. Ja, aber unter den Bedingungen, in denen beide gespielt haben, war für beide gleich. Ja, das auf jeden Fall. Es war nicht in der einen Hälfte ein anderes Wetter. Okay, gut. Bin ich beruhigt. Ja, und das hat halt dann zu einer Niederlage geführt. Und man merkt halt auch, dass Tabakovic und Fitz schon zwei zentrale Schlüsselfiguren sind in der Austria-Mannschaft, die nicht eins zu eins ersetzt werden können. Auch wenn man vielleicht glaubt, dass man auf der Ersatzbank Material findet, Spielermaterial findet, Entschuldigung, dass ich das so sage, die da auch bestehen können und die da auch Akzente setzen können und auch treffen können und mit denen man da eben auch gegen Austria-Klagenfurt bestehen kann. Aber dem war offensichtlich nicht so. Und ich muss auch meiner Meinung nach sagen, das wurde auch von den Fans schon in den Foren geschrieben, dass es auch bisher die schwächste Partie von Michael Wimmer war. Also der hat in einer Sturm-und-Trank-Phase, wo die Austria das Spiel im Griff hatte und kurz davor war, quasi zu dem Zeitpunkt 2 zu 1 zu schießen. Also kurz die Torfolge, 1 zu 0, Austria-Klagenfurt, 1 zu 1, dann durch Gruber, eine schöne Vorlage bekommen von Dovetan, wo wieder wie im Hinspiel, also wie schon im ersten Spiel der Saison in der Generali-Arena irgendwie gemutmaßt war, ob Dovetan, bevor er den Assist gegeben hat, einen Foul begangen hat. Aber diesmal war es für mich eindeutig kein Foul, im Gegensatz zum ersten Spiel. Da war es meiner Meinung nach eine 50-50-Entscheidung. Und ja, Wimmer hat dann einen Dreifach-Wechsel vorgenommen. Also es kam Holland, Vucic und Keles statt Braunöder, Dovetan und Jukic. Und das hat dann das Spiel in der 65. Minute, also auch ziemlich früh in der zweiten Halbzeit, sage ich jetzt einmal, nicht gut getan. Und das Austria-Spiel dann wieder ein bisschen zerstört, beziehungsweise der Flow, den man da hatte, also Braunöder hat kurz dafür an die Stange geschossen, war dann plötzlich weg. Und das 2 zu 1 war, ja, ein Elfmeter-Tor. Es war ein berechtigter Elfmeter. Manuel Polster hat wieder einmal dafür gesorgt in der letzten Minute, dass wir dann einen Elfmeter bekommen haben. Es war einfach nicht klug von ihm. Und auch wenn es da jetzt um ganz viele Punkte geht und um Platz 4, weil die Austria hätte da eigentlich einen super Schritt machen können im Kampf um Platz 4, da darf man da nicht so reingehen. Und das ist jugendlicher Leichtsinn gewesen. So ein bisschen, da fehlt ihm einfach noch die Erfahrung. Das ist noch ein junger Bursch, der kämpft. 90 Minuten lang gibt alles, das sieht man. Aber er trifft halt hier und da und leider halt auch in Schlüsselsituationen noch die falschen Entscheidungen. In Salzburg, da war man sich unterm Strich einig, auch wenn es, stehe ich nach wie vor dazu und denke mal, viele andere auch, kein Elfmeter war, war er in Salzburg schon nicht clever, unbedingt clever von ihm. Oder er hätte sich cleverer verhalten können. Aber diesmal war es einfach irgendwie sehr risikobehaftet, da so reinzugrätschen. Genau. Und so, wie er reingekrätscht ist. Und da muss ich auch sagen, da verstehe ich den VR nicht, dass man das so lange braucht, weil man da ganz genau schaut, ob er den Ball gespielt hat. Aber meiner Meinung nach, auch wenn er da den Ball gespielt hätte, wenn er dann die Schere zugemacht und das macht er zu, dann ist da auch Verletzungsgefahren trotzdem ein Elfmeter, auch wenn Polster zuerst den Ball berührt hätte. Ja, also war schon ziemlich klar der Elfmeter. Also, ja, keine Ahnung, was da so lange geprüft wurde, aber es war dann eben Elfmeter für Ostra Klagenfurt in der Nachspielzeit oder kurz vor der Nachspielzeit. Ich glaube, ausgeführt wurde dann in der Nachspielzeit, das war so irgendwie der Check war so. 91. Genau, der Check war so von der 88. bis zur 91. oder so. Und ja, dann ist natürlich nichts mehr gegangen und die erste Heimniederlage in diesem Jahr. Ärgerlich, was soll man machen? Und ich hoffe, dass das eine Lehre war, dass die doch junge Mannschaft wieder Erfahrung gesammelt hat und es in den nächsten Spielen besser macht, weil auch wenn ich verloren habe und auch wenn ich mich über die Niederlage ärgere, ich muss trotzdem schauen, dass ich da die positiven Dinge raushol, dass ich aus dieser Niederlage lerne, dass ich schaue, was ich da für Fehler gemacht habe, Kraft schöpfe und dass ich auf jeden Fall dieses Diebenhaft ein bisschen wegbekomme. Also, das ist so meine Einschätzung, was die Austra betrifft, die Austrapathie betrifft und wenn man sich jetzt dann das nächste Spiel anschaut, das folgt... Nein, nein, also... Entschuldigung. Ja, aber ich würde gerne noch bei dem Spiel ganz kurz bleiben. Okay, na dann sag noch was. Ja, mit... Weil, ich meine, wir haben im Vorfeld ja auch die Meinung von Peter Parkholt eingeholt und ich glaube, er war mitunter so gesagt, dass Michael Wimmer war ein Faktor, Peter Parkholt war auch, glaube ich, mal ein Faktor. Die haben sich schon dezidiert darauf vorbereitet, dass es 3-4-3 der Austria und wollten da wirklich ein Gegenmittel finden. Manfred Fischer hat es auch gesagt, dass sie sich eigentlich die ganze Woche über auf eine Viererkette bei Austria Klagenfurt eingestellt hatten. Die haben dann überrascht mit einer Fünferkette, wo die Austria Wien dann am Anfang schon Probleme hatte, zu den ersten 20, 25 Minuten. Plus, was ja, denke ich mal, auch auf dem Plan ganz oben stand, das hat es auf jeden Fall Manfred Fischer gesagt und der Trainer wohl vorgegeben war, die Standards gut zu verteidigen, weil Klagenfurt da extrem gefährlich ist. Dadurch ist es 0-1 gefallen. Plus, vorher gab es nochmal eine andere gefährliche Situation, wo Klagenfurt auch gezeigt hat, dass das wirklich ein gefährliches Mittel ist. Also da hat sich die Austria halt auch in Summe nicht gut angestellt. Plus, ich sage jetzt nicht, dass er auf jeden Fall hätte halten müssen, aber beim 0-1 sah es auf Früchtl nicht mega super toll aus. Ja, also der Wurm war in der ganzen Mannschaft drinnen. Also ich finde auch, das 1-0 war haltbar. Also erst einmal könnte da der Tormann schon auf die Flanke gehen oder auf den Korner gehen und aus der Luft fangen. Und wenn man dann im Tor ist, dann... Er war ja fast dran. Also den kann man auf jeden Fall halten. Und ja, da gebe ich dir recht. Also das hat, glaube ich, auch Wimmer im Interview dann danach gesagt, dass sie darauf aufmerksam gemacht haben, dass Klagenfurt immer auf die lange Stange, immer auf die zweite Stange spielt. Und wie ist das Tor entstanden? Natürlich auch auf der zweiten Stange, so was ist aufgelegt. Oder dass sie gefährlich sind bei den Einwürfen, wo die Austria dann auch oft Probleme hatte. Also ja, genau diese... Das war so ein typisches Spiel, wo genau das, was man sich vorgenommen hat, hat man nicht umsetzen können. Und auch wenn man sich noch so sehr bemüht hat und wenn man es auch noch so gewusst hat, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich kenne das auch aus meiner Schulzeit noch oder aus meiner Zeit, wo ich im Verein Fußball gespielt habe. Und das ist schon sehr, sehr lang her. Wenn der Wurm drinnen ist, dann ist der Wurm drinnen und dann kannst du dich auch nicht noch so konzentrieren. Da hätte man wahrscheinlich alle elf Spieler austauschen müssen, dass man da wieder mehr Spannung reinbekommt. Ja, ich weiß es nicht. An den Fans ist es auf jeden Fall nicht gelegen, weil die Stimmung war top. Was ich so mitbekommen habe, auch von Stimmen, die im Stadion waren. Und Kai hat jetzt auf jeden Fall das Kommando übernommen. Kai hat das Kommando übernommen und ich glaube, das ist im Endeffekt eine gute Entwicklung auf der Fantribüne. Damit ist die Austria jetzt in der Meistergruppe das einzige Team, das noch ohne Sieg ist. Ja. Und Klagenfurt ist dicht dran und es sieht im Moment alles nach einem Dreikampf um diesen Platz vier aus. Ja, genau. Das werden wir sehen. Stimmt. Weil es sieht auch danach aus, als wäre mehr als für diese letzten drei Teams mehr als Platz vier auch nicht mehr wirklich drin. Nein, also das glaube ich auch nicht. Jetzt nach der Rapid-Niederlage auf keinen Fall mehr. Ich glaube, da ist einfach der Abstand schon zu groß. Und was soll ich jetzt als Austrianer von Platz drei sprechen, wenn wir gegen Platz sechs nicht gewinnen können? Ja. Das wäre jetzt auch ein bisschen vermessen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, um Platz drei zu sprechen. Vielleicht geht es ja dann in der vorletzten, letzten Runde. Vielleicht kann man ja da wieder mal hinschillen. Man weiß ja nicht, wie sich jetzt die Spieler entwickeln. Aber im Endeffekt diese Meisterrunde, die ist genau das, was man sich eigentlich auch als Fußball-Fan wünscht. Es ist jedes Spiel ein Spitzenspiel. Es kommen eigentlich ausschließlich starke Gegner ins Stadion oder man ist ausschließlich bei starken Gegnern zu Gast. Wie man jetzt auch bei Klagenfurt gesehen hat, ist auch kein Gegner zu unterschätzen. Und auch wenn sie vielleicht das geringste Budget haben, beziehungsweise den ältesten Trainer, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube aber schon, ja, den ältesten Trainer, der weiß natürlich, der ist schon so lange im Geschäft, alleine, was er uns drei Stunden beim Podcast erzählt hat, der hat schon so viel Erfahrung. Natürlich weiß der noch zu überraschen und weiß der, wie das Spiel funktioniert. Und das hat er jetzt geschafft, die Austria zu knacken, den Austria-Code zu knacken, sag ich jetzt mal. Und Michael Wimmer hat darauf keine Antwort gefunden, weil du gesagt hast, 25 Minuten hat die Austria gebraucht, sich an die Fünferkette zu gewöhnen. Ja, stimmt. Nach 25 Minuten haben sie sich an die Fünferkette gewohnt und hatten das Spiel so ein bisschen in den Griff. Aber es wurde trotzdem immer wieder gestört dann durch verlorene Zweikämpfe beziehungsweise durch Fehlpasses. Und das darf dann halt auch nicht passieren. Ist es halt auch, ja klar, hätte Vary vielleicht Tabakowicz ein oder zwei der Chancen, die Jukic gehabt hat, genutzt. Ja, mühselig jetzt nachdenken zu diskutieren, genau wie auf der anderen Seite mit Durchstattung mehr gegangen war, bei Rapid. Jukic hat vier oder dreihunderte, hundertprozentige Chancen vergeben. Ja, das passiert dann halt auch. Kann man ihm jetzt auch nicht vorwerfen. Vielleicht hätte der Tabakowicz an so einem Tag auch vergeben. Man weiß es einfach nicht. Das ist Hetti Vary. Es ist einfach so. Und man muss sich da halt auch zugestehen, dass Jukic an dem Tag einfach nicht die Klasse hat oder die Kaltschmerzigkeit hat. Die Klasse ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart, weil er mir doch sehr gut gefällt, schon über die ganze Saison hinweg und dass er wertvoller Spieler ist. Aber die Kaltschmerzigkeit hat ihm einfach gefehlt und das ist vielleicht A, fehlende Reife, B, vielleicht auch fehlende Spielpraxis, weil er eigentlich in den letzten Wochen nur Ergänzungsspieler war. Da ist dann das Selbstvertrauen vielleicht auch ein bisschen weg oder angeknackst. Ja, ein Spieler an sich, diese Figur des Spielers ist ja ein ganz sensibles Konstrukt. Und da muss man natürlich auch als Trainer das Gefühl haben oder das Mitgefühl haben, wie man den Spieler behandelt und motiviert. und es gibt Spieler, die sind voll motiviert, nur wenn sie am Rasen sind und es gibt halt auch Spieler, die sind so ein bisschen Dieben und müssen dreimal gebeten werden, dass sie jetzt einmal ein Tor schießen. Und ich habe das Gefühl, dass wir Sonntag aus ganz vielen Dieben bestanden sind, die Mannschaft, die da am Feld gestanden hat. und das finde ich halt schade. Da fehlt mir der Biss, die Kampfkraft, die Aggressivität, das, was uns ausgemacht hat in den letzten Wochen, das, was uns unser Spiel quasi ausgezeichnet hat, was Salzburg an den Rand einer Niederlage geführt hat, Lask und Rapid auch an den Rand einer Niederlage geführt hat, sind dann keine Niederlagen geworden. Aber genau das ist mir eben gegen Austria Klagenfurt, dem vermeintlich, unter Anführungszeichen schwächsten Gegner abgegangen. Und das ist halt so eine Austria Krankheit, was der Austria Fan kennt, schon ganz lange Zeit. Und solange man diese Krankheit nicht abstellen kann oder heilen kann oder dieses Glotzerbein nicht wegbekommt, dann darf man auch nicht von irgendwelchen Meisterträumen wieder sprechen. Na gut, oder eins geht es jetzt erstmal um Europacup. Jetzt geht es um Europacup, aber ich sage mal, ja, also ich hoffe schon, dass da Platz 5 drinnen ist, auf jeden Fall, einmal. Ja, aber ist auch nicht fix. Plus auch noch eine Krankheit, die es abzustellen gilt, ist diese, im Finish die Punkte her schenken, ne? Ja, ich meine, was Wimmer geschafft hat, das muss man jetzt schon sagen. Die Austria ist halt früher oft aus einer anderen gefallen, wenn sie dann in Rückstand gekommen ist und dann vor allem ab der 60. 70. Minute hat man dann urviele Tore oft passiert. Ich denke da an Lechbosen zum Beispiel. Das ist unter Wimmer jetzt nicht mehr passiert. Also man hat jetzt, wenn Niederlagen da sind, sind es knappe Niederlagen, aber jetzt nicht so eindeutige Niederlagen wie früher vielleicht. Aber trotzdem dieses am Schluss dann das Spiel nicht zu Ende spielen können, sondern immer noch einen Ausgleich bekommen und dann noch wertvolle Punkte herzuschenken, das gehört auf jeden Fall abgestellt. Und da muss man schauen, dass man die Konzentration bis zum Abpfiff hoch hält. Ja. Aber ja. Jetzt kommt das Sturmdoppel, schauen wir mal, was da rauskommt. Ist natürlich schwierig jetzt am Mittwoch in Graz und dann am 7. Mai in der Generali Arena. Ja. Wir werden sehen. Und danach gleich das Darby. Also einfach klingt anders. Genau. Ja. Wie war's? Aber einfach ist und klingt auch das Rapid-Programm nicht. Ich meine, wobei wir sind uns ja eh einhelliger in der Meinung, in der Meistergruppe gibt es allgemein keine einfachen Gegner und auch die nominell einfachen wie auf dem Papier wie Klagenfurt müssen erstmal geschlagen werden und da muss dementsprechend auch alles passen. So war's beim Last jetzt auch. Ich meine, die Vorzeichen waren nicht gut. Ich hab auch jetzt nicht mit, ehrlich gesagt, nicht mit einem Sieg gerechnet. hab ich auch dementsprechend getippt beziehungsweise hab mich durch deinen Tipp etwas aus dem Konzept bringen lassen mit meinem Tipp dann, weil in der Rapid-App hab ich dann anders getippt, nämlich genauso, wie es dann ausgegangen ist. Zumal dann auch genau da schon dann klarer war, wie die Aufstellung eher aussehen wird beziehungsweise tatsächlich alles fehlt, weil es waren halt mit Kasius Schick, Burgstaller und den eben jetzt eigentlich für die komplette Saison leider ausfallenden Querfeld schon einige Stützen der letzten Wochen, die da gefehlt haben. Dann war es eigentlich hier und da auch in unserer Stammtischgruppe ja die Hoffnung da, dass vielleicht vorne mal jetzt auf eine Doppelspitze gesetzt wird und ein bisschen vielleicht auch Zimmermann wieder mal vom Start weg zukommt. Dem war nicht so, auch wenn ich den Einsatz von Troif irgendwo auch nachvollziehen kann. Finde ich es dennoch schade für Zimmermann, dass er da eigentlich wieder jetzt nicht von Beginn an die Chance bekommen hat und nur im Endeffekt dann knapp 20 Minuten lang ran durfte. Plus, ja, ich denke mal unterm Strich muss man sagen, dass man im defensiven Mittelfeld verwachst hat, Zogi Barisic. Da waren wieder aufgeboten Oswald Pejic und Kershbaum sozusagen als Dreierachse. Da hat es zugrifftechnisch in der ersten Halbzeit überhaupt gar nicht hingehaut, was dann natürlich auf die weitere Defensiv-Freie auch Auswirkungen hatte und es auch dort nicht wirklich gepasst hat. Ich glaube, hinten drin war noch der Aua, der zuverletzigste. Koschelnik war für das, dass er fünf Monate lang kein Pflichtspiel in den Knochen hatte, in Ordnung. Auch wenn er mit Sicherheit Teil der Aktien hatte, wieso es dann zum Frühjahr 0 zu 1 gekommen ist, durch Zui. Er hat es halt nicht geschafft, die Flange zu verhindern, die dann reingekommen ist, aber dann auch in der Mitte hat man gemerkt, die Zuordnung hat nicht wirklich gepasst. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, in der Mitte rausgerückt. Dadurch war Pejic auf einmal gegen Zui, plus der hätte den Ball nochmal rüberlegen können, hat es dann aber direkt selbst gemacht und so ist man mit 0 zu 1 in Rückstand geraten und ich glaube, mit ein Grund, wieso Ad 1 Pejic beim Kicker 0 zu 5 erhalten hat, plus Ad 2 er dann auch zur Halbzeit in der Kabine geblieben ist, bleiben musste war, dass eigentlich halt, wie es in einigen Spielen schon zuvor der Fall war, mal wieder ein kapitaler Fehler zu einem Gegentor geführt hat. Hier war es eben Pejic, der eigentlich nicht ganz als letzter Mann oder fast letzter Mann den Ball zentral verloren hat und dann war es der Fall, dass eigentlich nur noch wieder auf Zui aufgespielt werden musste, der hat Eiskant verwandelt, also solche Fehler dürfen da, dürfen, sollten nicht passieren, gerade wenn man jetzt wirklich kein ganz, ganz junger Spieler mehr ist, beziehungsweise wenn er den Ball da verliert, dann muss er sich irgendwie, finde ich, er hat es irgendwie noch ein bisschen versucht, mit Mann und Maus an diesen Gegenspieler hinschmeißen und den dann irgendwie aufhalten, dass er da nicht weiterkommt. Da waren noch zwei, drei andere Rapide dann außenrum, die, also ich glaube, Rot hätte es dafür nicht gegeben, sondern wahrscheinlich Gelb, dann muss er schauen, dass er diese gelbe Karte zieht, das Foul zieht, wenn er schon den Ball vorher, für mich leichtfertig vertändelt und eben dann die Mannschaft, die hohe Hypothek hat, dass es dann relativ früh 0 zu 2 steht. Im Nachgang war er, oder in der Folge war Hedl ein bisschen mehr noch im Mittelpunkt, zwei, drei gute Bälle noch gehalten, wo es dann noch schlimmer hätte für Rapid laufen können zur Halbzeit. Ich glaube, wenn man dann schon drei gefressen hätte, wäre eben durchaus im Bereich des Möglichen gewesen, hätte man sich auch nicht derart beschweren dürfen, blieb so beim 0 zu 2, war auch in der Hypothek, dann zur Halbzeit, das zentrale Mittelfeld eigentlich rausgenommen, Cashbaum raus, Pijic raus, dafür Petrovic und Greil rein. Gerade Greil würde ich gerne mehr und öfter sehen, weil ich glaube, er kann diesen, hat in den letzten Spielen schon gezeigt, was er für ein Faktor sein kann, wieso er geholt wurde, dass er diesen offensiven Part eigentlich auch ganz gut ausfüllen kann, aber sich für die Defensivarbeit dennoch nicht zu schade ist und ja, bei Petrovic muss man schauen, wie es überhaupt mit ihm weitergeht, wird gemuggelt, dass der Vertrag nicht verlängert wird, aber hier hat Rapid dann definitiv mehr Stabilität durch diesen Doppelwechsel erhalten und dann war die zweite Hälfte gerade zu Beginn ausgeglichener, Rapid ist auch dann vermehrt in der Offensive tätig geworden, hat dann glaube ich mal, auch wenn es relativ schnell war, in Summersicht dann diesen Anschlusstreffer durch Trüff verdient gehabt, aber ja, hinten raus ist es dann eben wieder so, dass man dann erneut in der Defensive einfach so einen Bock gebaut hat, in der 69-Fahrs dann eben das Zimmermann gekommen ist für Trüff und Beitsch für Strunz und eben jener Beitsch, was dann eigentlich, ich weiß nicht, wie man so einen Ball spielen kann, lernt man immer schon in den ganz niedrigen Jugendmannschaften, dass man so einen Ball in der Defensive nicht in die Mitte spielt, eigentlich im Zui in die Mitte, ich glaube, ich war es auf jeden Fall dem Linzer den Ball aufgelegt, der war frei vor Hedl, konnte dann noch nicht verwandeln, dann gab es zwei, drei Abschlüsse, die geblockt worden sind oder abgewehrt worden sind und der Ball ist dann ausgerechnet auch Stolkovic vor die Füße gelandet und der hat mit einem Schuss ins lange Eck den Deckel drauf gemacht zum 3 zu 1 für die Linzer, war dann halt eigentlich das zweite mit selbstverschuldeter Tor oder selbsterzielter Tor wieder mal vom Gegner und wenn man halt gerade dann auch noch auswärts dem Gegner in Anführungszeichen zwei Tore schenkt, dann gibt es fast nichts zu holen und so war es dann hier unterm Strich halt auch, dass man mit Nullpunkten nach Hause gefahren ist, was ich jetzt unter diesem Vorzeichen nicht mega überraschend fand, aber hätte sich den noch anders präsentieren sollen können müssen dürfen. Hätte Rapid anders gespielt, wenn Burgstaller gespielt hätte, also wäre das dann mehr ein Duell auf Augenhöhe gewesen, weil ich glaube eher, dass das schon eine Systemfrage auch war, dass halt der Baresis es nicht geschafft hat, dieses Lask-System zu bespielen vom Kühlbauer, wo man ja sagen muss, dass die Austria das da halt schon wieder gut gemacht hat, also das war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, von der Papierform her war da auch der Lask natürlich im Vorteil, aber im Grunde genommen war das ein Spiel auf Augenhöhe, Baresis hat das nicht geschafft. Ja, Art 1 plus natürlich treffen immer mehr zwei Mannschaften mit zwei Systemen aufeinander, ich denke trotzdem, dass irgendwie dieser Heimvorteil immer auch noch einen geringen Füge im Prozentsatz einen Ausschlag gibt, jetzt im neuen Stadion ist der Lask wirklich gut reingekommen, hat glaube ich bis jetzt jedes Spiel gewonnen oder auf jeden Fall keins verloren bisher, also eigentlich das, was wir uns im Weststadion, im neuen Weststadion gewünscht gehabt hätten, so einen Lauf mal hinzulegen, haben sie jetzt geschafft, von daher, wenn man sich dann zu Hause diese breite Brust, glaube ich, mal eingeeignet hat, wird es für jeden Gegner nicht unbedingt leicht dort anzutreten, bin immer gespannt, wer dort als erstes gewinnt, aber dennoch hätte ich mir in der Aufstellung mehr Mut gewünscht, ein bisschen zu aus, als hätte man da schon vorher ein wenig die Flinte ins Korn geworfen. Ja, jetzt darf ich dich einmal ausbessern, Lask hat einmal verloren gegen Salzburg im neuen Stadion. Okay, dann doch, ja, aber gut, Salzburg ist halt leider immer ein Gegner, gegen den man verlieren kann, aber, sagen wir so, sie haben bis jetzt, glaube ich, relativ gute Leistung, auch wenn gerade dieses erste Spiel nicht gewonnen werden muss, gegen Lust da, wo wir uns vielleicht auch noch daran erinnern können, was ja irgendwie auch so einen Geschmack hatte, aber ich glaube, sie haben sich bis jetzt ziemlich gut eingelebt im neuen Stadion und ich glaube, da werden es auch andere noch ordentlich schwer haben. Ja, nein, sicher unangenehme Gegner zu bespielen, natürlich dann auch unangenehm für Rapid, für mich halt immer, hat das Duell natürlich dann immer noch ein bisschen mehr Würze wegen dem Kühlbauer auf der Bank, auf der Laskbank, der natürlich eine Verbindung zu Rapid hat oder dessen Herzensverein natürlich Rapid ist und der sich ja dann, ich weiß nicht, ob du das dann gelesen hast oder gehört hast im Interview dann auch relativ kryptisch Rapid gegenüber geäußert hat, weil er dann irgendwie gesagt hat, ja, seine Mannschaften haben immer gut gespielt, auch Rapid hat gut gespielt, man muss halt immer schauen, was die Spieler spielen und das System dementsprechend anpassen, aber bei Rapid spielen ja andere Mächte mit. Aber er hat das dann nicht mehr näher erläutert, sondern ist dann wieder vom Thema abgeschleift und hat gesagt, nein, das möchte ich jetzt so stehen lassen. Aber es ist natürlich auch wieder eine Aussage mit Brisanz und lässt natürlich dann auch wieder in den Verein einblicken, natürlich hat er wahrscheinlich den Einblick noch gehabt, wo das alte Präsidium noch am Werken war oder der alte Vorstand dann noch da war, das hat sich jetzt vielleicht geändert, aber trotzdem ist das eine Aussage, die wahrscheinlich da schon einige zum Nachdenken bringt, vor allem auch, wo ja Didi Kübauer sicher einer ist, der noch Kontakte auch zum Verein hat. Bestimmt, bestimmt, ich glaube mal, diesen einen, was heißt bestätigen, ich will das bestätigen, wäre jetzt so, kann nichts bestätigen, ich kenne die Internas in unseren Vereinen nicht, wir glaube ich, kriegen hier und da immer mehr Einblick, auch über gewisse Kontakte, das schon, aber jetzt, dass wir jetzt wirklich Experten sind und sagen, wir wissen, tatsächlich Internas, dem ist nicht so, wir können auch oftmals nur mutmaßen, dass es da, dass es eher und glaube ich auch einige andere Trainer nicht einfach hatten, beziehungsweise anderes Personal, glaube ich schon, weil Rapida lange Zeit sehr speziell war, ich hoffe jetzt ein bisschen auf einem anderen Weg und es geht in die richtige Richtung alles, dass es jetzt Rapid unter ihm klingt so, als hätte man immer dominant und super und toll gespielt, das ist unter ihm auch der eine oder andere gute Spiel und gerade vor allem gegen den Lask, ich glaube, als er Rapid Trainer war, war Lask sozusagen Lieblingsgegner, jetzt hat sich das leider ein bisschen umgekehrt, dass im Moment Rapid ein Lieblingsgegner vom Lask ist, so ein bisschen, aber dass Rapid jetzt unter ihm hier den super tollen Fußball gespielt hat, war nicht so, klar gab es auch den einen oder anderen gute Partie, aber ich glaube, es gab mindestens genauso viele Hundspartien, wenn nicht sogar eher mehr und dass jetzt der Spielstil unter ihm mega ansehnlich und super war, also kann ich als Fan, hätte ich nicht so gesehen. Ja, man weiß auch nicht, was hinter den Aussagen steckt, ich sehe das ähnlich wie du in dem Fall, aber ich finde, als kleiner Gossip-Stefan, dem das immer gefällt, wäre ich dann natürlich sehr hellhörig bei solchen Aussagen. Dass seine Performance damals in der Meisterrunde super war, Didi Kür war mit Rapid in der Meisterrunde, das muss man neidlos anerkennen und da will ich seine Verdienste auch nicht schmälern, aber das wird deswegen immer super gespielt worden, wäre nein. Also bei Rapid sind andere Mächte im Spiel, hat er eben gesagt. Ja, also das glaube ich ihm durchaus. Ich zitiere, sie spielen sehr gut, aber Rapid hat bei mir auch immer gut gespielt, das muss ich schon mal sagen. Ich habe immer versucht, Fußball spielen zu lassen, egal wo ich war, ich habe immer gewusst, was gibt die Mannschaft her, was kann sie leisten und was ist sie und zu was sie ist zu was ist sie imstande. Entschuldigung. Die Jungs hier können sehr gut Fußball spielen, bei Rapid konnten sie das auch, aber bei Rapid sind andere Mächte im Spiel. Okay, aber dass jetzt andere Mächte dann die Mannschaft oder die einzelnen Spieler hemmen würde ich nicht und dass Rapid unter ihm immer gut gespielt hat, nein, definitiv. eh nicht. Und dann steht da weiter im Artikel von Laola1at, konkretisieren möchte der Burgenländer diese ominöse Andeutung allerdings nicht, aber weiter, wir haben heute gewonnen, das ist sehr wichtig für meine Mannschaft, den Lask alles andere lassen wie im Raum stehen. Das ist dann natürlich auch wieder super. Ja, gegagert, aber es ist eigentlich gelegt. Genau. Aber ja, wie auch immer. Wenn er jetzt das sagt, bei der Austria sind andere Mächte im Spiel, dann sage ich ja, natürlich, weil die Lizenzentscheidung, da wurden jetzt die Unterlagen abgegeben, natürlich nagt das wahrscheinlich auch am Kader, auch wenn du da jetzt in Verhaltsverhandlungen, in Vertragsverhandlungen bist, du weißt nicht, wo du nächstes Jahr spielen wirst, weil dein Vertrag ausläuft und möchtest vielleicht bei der Austria bleiben, weil du dich da mit dem Verein super identifizieren kannst, aber du weißt nicht, ob sie dich leisten können oder wollen. Das ist natürlich auch was, was die Mannschaft verunsichern kann. Also das sind diese anderen Mächte, aber diese finanziellen Sorgen oder diese Existenzsorgen, die hatte man ja bei Rapid nie. Nein, das nicht, aber ich glaube, dennoch war es so, dass da irgendwie gewisse Strömungen gab, die sich hier und da nicht immer alles einfach gemacht haben, aber ja. Wir will schauen, wie wir es in der Zukunft aussieht. Wir will schauen. Wir will schauen, ja. Okay. Gut, das heißt Rapid spielt jetzt gegen Salzburg. Genau, Rapid spielt jetzt jeweils die beiden vorverlegten Partien unserer beiden Teams am Mittwoch schon wieder. Das heißt, wenn ihr es hört, morgen dann. Was ist da zu erwarten? Was ist zu erwarten? Also die meisten Fans, so auch ich, erwarten, dass zahlreiche Spieler fürs Cup-Finale, das dann schon wieder am Sonntag warten, geschont werden. Und da ist, letzten Spiel haben, glaube ich, viele gesagt, ja, man hat sich, keine Ahnung, 60, 70 Minuten mit Salzburg auf Augenhöhe befunden, hat dann aber trotzdem auch da wieder zu viele Fehler im Endeffekt gemacht. Das heißt, vier Tore gefressen, auch zwei erzielt, aber eben zwei zu wenig, mindestens um was zählbares mitzunehmen. Gegen Salzburg hat er jetzt auch Sturm wieder erfahren müssen, da hängen die Trauben immer hoch. Und ich glaube einfach, abschenken klingt jetzt vielleicht wieder zu hart, aber dass man trotzdem, glaube ich, nicht die allerbeste Mannschaft ins Rennen schicken wird und um gewisse Kräfte, und da würde ich jetzt nicht mal unbedingt an Guido Burgstaller denken, ich glaube, dem wird es eher gut tun, wenn er vielleicht jetzt dann wieder seine Minuten bekommt, ob es 90 sind, weiß ich jetzt nicht, aber doch, würde ich denken, wenn er 60, 70 Minuten erhält, um dann wieder in einen gewissen Rhythmus zu kommen für das Cup-Match gegen Sturm. Aber ich glaube nicht, dass er, oder ich war gegen mich zu bezweifeln, dass mit voller Power das Spiel gegen Salzburg angegangen wird, um dann eben mehr Konzentration dem Sturmspiel zu schenken, was Stand jetzt nachvollziehbar ist und was aber, wenn das Cup-Match in die Hose geht, dann halt doppelt in die Hose gehen könnte. Ja, ich sehe das ein bisschen anders als du. Ich denke, dass das Ergebnis zwischen Sturm und Salzburg jetzt die Karten neu gemischt hat und dass es für Sturm jetzt auch nicht mehr um die Meisterschaft geht. Sondern ich glaube, Sturm konzentriert sich auch auf den Cup. Könnte auch ein Vorteil für die Austria sein, weil da wahrscheinlich auch einige Akteure geschont werden vielleicht am Mittwoch. Aber ich denke, dass Rapid wahrscheinlich auch schonen wird am Mittwoch. Ich weiß aber nicht, ob das die richtige Taktik ist, weil man gerade da ist, vielleicht gegen Salzburg noch so sich den letzten Motivationsschub holt und du weißt, in Entscheidungsspielen, wo es um alles geht, denk an den Sportclub gegen die Austria, werden Kräfte frei, die da schon den Unterschied machen können. Und ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt, wenn man da einmal jetzt die Leute schont, ob das dann schon den Effekt hat, dass sie dann am Sonntag um so viel frischer sind, weil eine Doppelbelastung hat weder Sturm noch Rapid in den letzten Wochen gehabt. Ja, das ist richtig, aber natürlich, ich denke dazu schon an Herrn Casius, wenn... Der hat sich jetzt eh selbst geschont. Ja, aber wenn Spieler X nicht spielt, kann er keine Deppertorote-Karte kriegen und dann vielleicht fürs Cup-Match stehen, beziehungsweise wenn ein Spieler nicht spielt, kann er sich in diesem Match zumindest nicht verletzen, um dann fürs Cup-Match zu stehen. Ja gut, aber dann darf kein Spieler spielen, dann kann ich das gleich am Papier 3-0 ausgehen lassen für Salzburg, aber okay, dass ich zum Beispiel Spieler nicht spielen lasse, die vier gelbe Karten haben und dann gefährdet sind, dann das Cup-Spiel deswegen zu verpassen, das sehe ich ein. Ich glaube, die Gelbsperre gilt nur für die Liga und gilt immer nur für den jeweiligen Bewerb. Also Sven Morin... Gibt das nicht noch für den Cup? Ich glaube, das gilt einfach... Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wettmer? Ja, also ich sage, ich glaube es nicht. Okay, und ich glaube es schon. Aber um was wetten wir dann? Keine Ahnung. Okay. Wenn uns noch was einfallt, dann erfahrt ihr es im Laufe der Sendung. Ja. Ja, aber auf jeden Fall... Wenn ich die Wette gewinne, musst du den Energy Drink von der Austria trinken. Okay. Und umgekehrt? Ich weiß nicht, das darfst du dir aussuchen. Ja, gut. Ah, und du musst dich dabei fotografieren und filmen lassen. Okay, gut. Alles klar. Und wenn ich recht habe und ich gewinne, dann musst du dann Rapidlauf mitlaufen. Scheiße. Okay. Und ähm... Genau. Passt. Und die... Als Schiedsrichter... Also recherchieren müssen das natürlich auch wir, aber bestätigt muss das jeweils von einem Austrianer Priana und von einem Rapidler werden. Alles klar. Das ist nicht, du sagst du, dass ich habe es da gelesen und ich sage, nein, ich habe es da gelesen, sondern... Ja, okay. Das heißt, ich sage, die Gelbsperre gilt auch im Cup und du sagst nein. Ja. Aber Rapidlauf laufen ist schon ein bisschen ein Unterschied. Da musst du eine Palette austragen. Du sie zahlst. Naja, ich habe keine Angst, aber ich meine... Nein, ich habe nicht gesagt Angst, ich habe gesagt, wenn du sie zahlst, die Palette. Achso, ja, sicher zahle ich es, ja. Okay. Okay, das heißt, du musst da von jeder Dose ein Foto machen, das du trinkst. Aha. Okay. Alles klar. Danach bin ich eh versorgt auf 10. Aber dazu wird es ja nicht kommen. Aber bleiben wir jetzt beim Thema. Ja, okay, entschuldigung. Die Austria zu Hause gegen... Nee, die Austria, doch auch zu Hause, oder? Nee, kann ich sagen. Nein, nein, die spielt jetzt auswärts. Ja, die Austria spielt jetzt in Graz, genau. Rapid zu Hause gegen, das heißt, die zwei Cup, Finalisten spielen jeweils zu Hause, haben da nicht die Reisestrapazen, so wie die Gegner. Aber eben Rapid und Austria könnten jetzt, auch wenn es letzte Woche eine Brisanz rausgenommen haben, im Meisterschaftskampf das etwas, das Zünglein an der Waage sei. Naja, man kann das... Ja, gut, du, du bist das jetzt wieder positiv. Ich denke jetzt mehr an Rapid und Austria. Wenn Rapid jetzt das Spiel gegen Salzburg herschenkt, die Austria vor allem motiviert gegen Sturm spielt und gewinnt, dann ist man plötzlich Vierter. Und dann fällt es natürlich Rapid wieder schwer, den Vierten Platz zurück zu erobern. Ist so. Also ich denke mal, immer der da vorne liegt, der hat natürlich die bessere... Wobei, wenn dann vier Tage später das Cup-Match gewonnen wird, dann wäre es anführungszeichen wurscht. Dann wäre es wurscht und dann schenkt sie die Meisterschaft her, dann ist alles wurscht, weil dann habt ihr euren Titel, dann ist euch auch dazu zu gratulieren, ja. Aber im Grunde genommen ist es trotzdem noch ein langer Weg zum Titel. Sicher, man kann sich da nicht aufbelassen. Das ist was wir dann... Ist man wieder Fünfter? Fünfter. Genau, dann ist man wieder Fünfter am Ende, wie letzte Saison. Hat wieder diese lange Saison hinten nach, wo man noch Quali spielen muss, wo man auch wirklich in den Europacup darf. Und wenn man dann das schafft, dann muss man schon relativ früh wieder die Qualifikationsspiele spielen. Äußerst unangenehm, äußerst zart. Und hat in Waduz geendet dann quasi, ja. Also ich weiß nicht, ob das dann so wurscht ist, die Meisterschaft in Wahrheit. Na, du, von meiner Warte würde ich jetzt auch nicht sagen, hey, es ist voll wurscht. Aber ich glaube, sie kriegen einfach beides nicht auf die Reihe. Ne, sie kriegen beides nicht auf die Reihe. Und von daher ist es irgendwo nachvollziehbar und legitim, sich jetzt auf eins zu konzentrieren. Aber es birgt eben auch ein großes Risiko. Wir werden das alles spätestens am Mittwoch am Abend sehen. Und ich meine, ich sage jetzt einmal, die Austria muss auch erst einmal gegen Sturm gewinnen. Das ist ja auch keine Gmadewiesen. Ja, klar. Also, ja. Aber wir sind schon wieder so in unserem Hete-Wari-Dati- Trubel-Dings. Wir sollten weiter tun und vorankommen. Genau. Gehen wir lieber mal auf das, was Fakt ist. Fakt ist, dass beide Zweierteams gewonnen haben. Juhu. Ja. Und es war super. Also es war so ein richtig schöner Freitag, weil ich fange jetzt einfach wieder an. Ja, logisch. Weil das Spiel der Young Violets auswärts gegen den SV Horn, das hat einfach wieder so alles gehabt, was ein Spiel braucht. Also Horn ist früh in Führung gegangen. In der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat dann, also die Austria das 1-1 geschossen durch einen Elfmeter. Dramee war der Tor-Schütze. Und es hat dann eine rote Karte bei Horn gegeben. Das heißt, die Austria war eine Zeit lang in Überzahl. Nils Hahn hat dann die zweite Hatte wieder für Chancengleichheit gesorgt. Genau. Oder mehrerische Gleichheit. Genau. Der hat dann eine gelb-rote Karte bekommen. Und man hat dann auch geschafft, das Spiel eigentlich relativ schnell zu drehen. Das 1-1 war in der 51. Minute. Das 1-2 war in der 59. Minute. Dann quasi war es ein Schlagabtausch auf beiden Seiten. Also es war wirklich schön zum Anschauen. Es ist die ganze Zeit hin und her gegangen. Es hätte auch in Wahrheit 3-2 für Horn ausgehen können. Es hätte aber auch 1-4 für die Austria noch ausgehen können. Also es war wirklich ein schönes Spiel zum Anschauen. Und wie gesagt, ich habe das in den letzten Wochen schon öfters gesagt. Aber so spielt kein kein Absteiger. Also ich hoffe doch, dass sich dieser Form dieser Form der letzten Woche irgendwie da noch auszahlt. Und dass man auch sportlich den Klassenerhalt noch schafft. Ja. Bei der Austria stand Wedel im Tor? Bei der Austria stand diesmal Wedel im Tor. Die letzten Runden stand immer Kose im Tor. Diesmal durfte der dritte Dormann der ersten Mannschaft dran. Lukas Wedel, der von damals von Tirol, glaube ich, gekommen ist. Von Wacker Innsbruck. Also es gibt es eh noch immer, aber sie, glaube ich, noch in der zweiten Liga gespielt haben. Hat aber nie ein Spiel für die erste Mannschaft gemacht. Also hat sich da irgendwie nie durchsetzen können. Gut, am Penz führte kein Weg vorbei, jetzt am Früchtl. Da ist auch die unumstrittene Nummer 1. Und die Nummer 2 ist eigentlich seit eh und je Mirko Kose. Ist eigentlich immer nur der dritte Dormann gewesen. Wird wahrscheinlich jetzt, der Vertrag läuft jetzt aus, wird wahrscheinlich nicht verlängert. Und ja, hat jetzt da in der zweiten Mannschaft auch einmal dran dürfen. Und hat eigentlich eine relativ souveräne Partie gespielt. Okay. Ich bin ja so ein bisschen der Meinung, gerade am Anfang der Saison, als er noch mit dabei war, lief der die Young Wilders relativ gut und jetzt ist er wieder zurück und es läuft zumindest besser, dass Ibrahim Trame so ein bisschen der X-Faktor sein kann für die Young Wilders, um in der Liga zu bleiben. Ja, also das ist ein sehr unangenehmer Spieler für den Gegner, weil er sehr schnell, wendig und klein ist. Also das ist wirklich und der kann seinen Körper super einsetzen, hat eine Top-Ball-Behandlung, also das ist wirklich ein Spieler, dem macht es eine Freude zum Zuschauen, war jetzt relativ lang out of order, verletzt und krank, ist jetzt wieder zurück, aber man merkt halt schon noch, der ganz Alte ist er noch nicht, er schafft noch keine 90 Minuten, aber er ist da, wenn man ihn braucht und er ist trotzdem, wenn er am Platz ist, so ein bisschen ein Unterschied Spieler, finde ich, also ja, du hast recht. Also in Liga 2 auf jeden Fall. Ja, ich spreche jetzt von Liga 2, da auf jeden Fall und in Liga 1 wird man sehen, ich glaube, dass er jetzt in dieser Saison kein Thema mehr sein wird für die erste Mannschaft und ich hoffe es auch, weil er gleich bei den Young Wilds mehr gebraucht wird. Glaube ich auch, glaube ich auch und dann nächste Vorbereitung, neues Glück und dann wird man schauen. Genau, dann wird sich so einiges ändern, also wie jede Saison und dann werden wir sehen, was sich da dann tut. Ja, genau, jetzt war ganz kurz, nächstes Gegner für die Young Wilds noch Sturm Graz 2, empfindliche 5 zu 0 Niederlage gegen Amstetten, was aber eigentlich eine viel, viel zu hohe Niederlage war, weil das war wirklich, also ich habe da nur die Zusammenfassung gesehen, aber Sturm hat eigentlich das Spiel im Griff gehabt und sagen, Amstetten hat eigentlich nur jeder Chance Halb Chance ein Tor gemacht, also wirklich viel zu hoch das Ergebnis nichtsdestotrotz heißt es jetzt 14 gegen 15 da in der nächsten Runde 25 Punkte Sturm Graz 2 24 Punkte die Young Wilds und das könnte schon einmal so der erste Befreiungsschlag sein Genau und ich meine natürlich auch richtungsweisend für Rapid 2 dieses Match weil beide hier groß in der Verlosung mit drin und Rapid ebenfalls auch mit einem direkten Gegner mit Kapfenberg vor der Brust also da könnten beide unsere Teams einen großen Sprung machen oder wichtige Siege landen kommen wir erstmal zum letzten Match von Rapid 2 war auch ein wichtiger Sieg gegen Vorwärts Steyer hat hier in diesem Fall dann auch den Young Wilds geholfen dass Rapid da die Steyer in die Schranken weisen konnte war ein guter Beginn von Rapid 2 mit dem Premierenton von Dursun da hat er zwar Glück gehabt wie der Ball dann zu ihm gekommen ist zweimal abgefälscht und dann aber gut aus der Drehung vollstreckt Jedes Tor ist glücklich von Rapid Ja genau Danach ist es eigentlich so ein bisschen hin und her gewogt war eigentlich auch dass Steyer gar nicht so schlecht im Match drin war an dieser Stelle hier und da kritisiert in den letzten Partien starke Rückhalt Orgler gewesen so auch hier in diesem Match wieder mit 2-3 guten und wichtigen Saves dann war es so dass man in der zweiten Halbzeit eigentlich die ein oder andere gute Kontermöglichkeit vorgefunden hat dann war es dann vor allem auch Savic der da wirklich nochmal einen neuen Sprung reingebracht hat vielleicht ein oder zweimal etwas besser mehr hätte noch auflegen können sollen dürfen müssen ist dann genau zu Beginn der Rapid Viertelstunde gelungen wo er dann abgelegt hat auf Dursun der legt wieder auf Vitra und der war eigentlich dann ziemlich frei im 16 und vollstreckt zum 2 zu 0 hat man schon so ein bisschen gedacht okay die Messe ist gelesen es gibt einen halbwegs vom Ergebnis sehr souveränen Erfolg und man bringt das einigermaßen gut über die Zeit dem war da aber nicht so war durch einen Freistoß war es ist der Ball irgendwie auch um Umwege im Strafraum gelandet da war es glaube ich bis in die Abwehr sich drauf war das ein Torhüter kommt vielleicht raus der Torhüter die Abwehr klärt und dann ist der Ball ziemlich unglücklich und seltsam im Tor gelandet aber ich denke mal unterm Strich war dieses Treffer wenn man das gesamte Spiel betrachtet für Steyr schon in Ordnung und verdient aber dass Rapid dann am Ende die drei Punkte in Hüttelhoff und von daher wie schon angesprochen auf jeden Fall ein ganz ganz wichtiger Erfolg und hoffentlich auch einer auf dem man weiterhin aufbauen kann genau und das nächste Spiel ist eben Kapfenberg jetzt auf jeden Fall richtungsweisend weil Young Wilders gegen Sturm Graz 14er gegen 15er Rapid gegen Kapfenberg 11er gegen 13er Rapid hat zwar so ein bisschen noch den Abstand zu den Abstiegsplätzen von drei Punkten aber was sind schon drei Punkte wenn man sich der Admira anschaut wie sich die in den letzten Runden entwickelt hat also ich hätte mir nicht mehr gedacht dass die noch einmal in den Abschließkampf eingreifen Rapid könnte sich da jetzt meiner Meinung nach mit einem Sieg gegen Kapfenberg auf jeden Fall einmal ans sichere Ufer spülen und dann brauchen sie sich nur noch raufhandeln und aber sie könnten schon nochmal einen ganz großen Schritt machen um ans sichere Ufer zu kommen wenn sie dann auch noch nicht wirklich aus dem Wasser rauskriechen aber sie sind da schon nochmal im seichten Gewässer wo man schon stehen kann ja also ich hatte es ja schon befürchtet dass es mit Admira vielleicht so enden könnte also es ist ja noch nicht zu Ende aber dass sie in diese Richtung entwickeln könnte die sich jetzt zuletzt entwickelt hat die müssen wirklich extrem aufpassen ich bin mir auch gar nicht hundertprozentig sicher ich glaube mindestens bis Dornbären die ihr neunter sind ist die Gefahrenzone noch tatsächlich vielleicht sogar noch etwas höher aber wird man schauen ob auch noch die anderen zwei Wiener Vereine mit FAC und und wir irgendwie in die Petulie geraten könnten aber dazu müssten wie es jetzt eben auch jetzt der Fall ist nehmen die unten ja ihre Sicht die Punkte auch gegenseitig weg aber da wird es auf jeden Fall noch ein ordentliches Hauenstechen geben für beide Mannschaften jetzt wie gesagt große Chance hier einen Schritt weg aus dem Schlamassel zu machen und wir sind definitiv gespannt was wir dann in diese Richtung nächsten Dienstag zu berichten haben und wie jetzt dann die Performance da weiter sein wird gerade halt auch bei den Defensiven ist es halt wo man ansetzen muss wenn man schaut Young Wilders mit 51 Gegentoren die meisten der gesamten Liga kassiert Rapid mit 46 auch nicht viel weniger das heißt diese ganzen alle Teams eigentlich da unten drin haben doch einige Tore kassiert und gerade wenn man da schauen kann dass man sich defensiv stabilisieren kann wäre das schon mal ein ganz wichtiger Punkt genau also es sind noch sechs Runden zu spielen jedes Team kann rein theoretisch noch 18 Punkte machen das heißt rein rechnerisch sind nur die Top 3 sicher nicht abgestiegen ja bei Steyr hat auch noch ein Nachholspiel also könnten auch noch auf 25 kommen wenn sie da noch was holen genau das ist jetzt noch dazwischen glaube ich am Dienstag also heute ja heute genau ja wird mal sehen es bleibt auf jeden Fall spannend und das ist gut so weil es heißt dass unsere Teams weiter punkten oder die Young Violets jetzt auch mal zum Punkten begonnen haben seit drei vier Runden mit Unterbrechungen ja weiter punkten war auch das Motto der Austria Damen nein war es nicht nein wäre das es war das Motto eigentlich nachdem er schon gegen Bergheim einen Punkt glaube ich der schon enttäuschend war der hat sich auf jeden Fall in drei Jahren erhofft gehabt saß gegen Sturm wie irgendwie für zuletzt alle Wiener Vereine nicht gut aus genau auch bei den Frauen ist Sturm Graz derzeit eine Spitzenmannschaft in Österreich und so ziemlich guter Zweiter also wie die Herrenmannschaft auch das musste auch die Austria das mussten auch die Austria Damen am Wochenende feststellen und vor allem die erste Halbzeit war wirklich nicht gut auch so ein bisschen unkonzentriert man kam immer einen Schritt zu spät habe ich das Gefühl gehabt und es stand dann schon 3 zu 0 zur Pause in der zweiten Hälfte hat man sich dann ein bisschen gefangen hat das Spiel so ein bisschen unter Kontrolle bekommen hat nur noch ein Tor bekommen aber andererseits wenn ich mit 13 wenn ich schon 3 zu 0 zur Pause hinten stehe oder hinten lieg Entschuldigung nicht stehe hinten lieg dann wird wahrscheinlich auch Sturm schon nicht mehr alles in die Waagschale geworfen haben in der zweiten Hälfte nach dem nach dem X gegen gegen Bergheim ist das jetzt quasi die zweite Enttäuschung innerhalb kürzester Zeit und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl dass vor allem seit dem Trainerwechsel im Winter da noch nicht die Mannschaft gefunden wurde die für den Unterschied sorgen kann beziehungsweise für den Unterschied sorgt und ja ich hoffe dass die Mannschaft in den nächsten Wochen ein anderes Gesicht zeigen kann weil sonst glaube ich dass es für den Trainer auch schon langsam eng werden könnte okay ich meine zwischen allzu viel nach oben wird wahrscheinlich nicht mehr gehen ich denke mal Platz 4 mit Neuen Lengbach ist nur drei Punkte weg das ist noch gut durchaus im Bereich das mögliche im Moment sind die Astrid-Dame sechste und ja wird wahrscheinlich auch der Anspruch sein diesen vierten Platz irgendwie noch zu erobern und sich dann auch zumindest vor die Vienna zu schieben die beste Wiener das beste Wiener Team in der Bundesliga zu sein das das sollte auf jeden Fall so sein und das sollte auch der Anspruch der Austria sein man hat ja auch schon mehr Erfahrung in der Frauen Bundesliga als zum Beispiel die Vienna also das ist meiner Meinung nach schon Pflicht ja Dritter ist wahrscheinlich jetzt schon relativ schwer zu erreichen und quasi aus der Reichweite da muss man jetzt schon ein bisschen einen Lauf starten um da wirklich nochmal ranfüllen zu können aber jetzt nach dem X gegen Bergheim und nach der deutlichen Niederlage gegen Sturm und davor eben auch gegen St. Pölten muss man jetzt schon auch einmal sich selbst wiederfinden und schauen dass es da wieder einmal aufwärts geht und dass da wieder einmal was zählbares rauskommt noch eine kleine Personalnews bei den Ostradamen die Stefanie Schneeberger hat ihren Vertrag verlängert das ist unsere Nummer 10 unsere Spielmacherin die wenn man ihr auf den sozialen Medien oder in den sozialen Medien erfolgt ein Pfeilchen durch und durch ist auch bei der Austria glaube ich arbeitet also ich habe mal bei ihr mein Abo gekauft zum Beispiel also das ist wirklich eine Austrianerin durch und durch und das freut mich dass sie ihren Vertrag verlängern konnte ist glaube ich eine gute Sache aber auch noch gleich unterschreiben lassen bitte nein ich habe das erst später checkt dann dass sie das war ok verstehe gut lieber Stefan dann würde ich sagen wir kommen noch kurz zum Tippspiel und dürfen vorab noch sagen dass wir danach noch eine kleine Überraschung für alle Hörer haben genau das sagen wir jetzt nur dass ihr bis zum Schluss dranbleibt um die Spannung hochzuhalten in Sachen Tippspiel hat der Floki eigentlich wieder eine ganz tolle Performance hingelegt wie auch muss man sagen der Stefan ebenfalls haben beide 10 Punkte eingefahren plus der Weinviertler auch noch 10 Punkte gemacht an diesem 27. Spieltag besser war der nur ja unser Freund aus Grat der SKSG 1909 der sogar 12 Punkte einfahren konnte an diesem 27. Spieltag jetzt dann aber unterm Strich auch nur Anführungszeichen 17 Punkte hat und damit auf Platz 9 liegt aber ganz vorne hat der Floki 27 Zähler am Konto der Stefan hat 27 habe ich gesagt 27 der Floki hat 29 der Stefan hat 27 und dann kommt der Giovanni mit 26 also da hat sich diese Dreiergruppe schon ein klein wenig abgesetzt auch wenn jetzt immer noch ein paar Spiele im April auf uns warten im Duell zwischen Stefan und mir ist es eigentlich ganz klar dass der Stefan immer noch vorne liegt und seinen Vorsprung ausgebaut hat ich habe für mich jetzt in diesem Monat trotzdem den besten Spieltag erwischt und habe fünf Punkte gemacht liegt damit aber nur auf Platz 31 mit 11 Punkten also es wird schwer bis unmöglich den Stefan jetzt mit den letzten paar Spielen noch einzuholen aber nicht nur Peter Parkgott hat es damals gesagt aufgegeben wird ein Brief und ich werde natürlich noch alles geben um maximal Punkte Ausbeute einzufahren die möglich rein rechnerisch ist es ja noch möglich genau dann kommen wir zu den Tipps es ist eine englische Woche es sind schon Mittwoch die nächsten Spiele und zwar soll ich zuerst tippen oder tippst du zuerst ich tippe zuerst oder weil du tippst zuerst und wir tippen erstmal auch nur diese Midweek Spiele warum auch immer Sturm gegen Austria 1 zu 2 Sturm gegen Austria 1 zu 2 und ich sage 2 zu 1 und ich sage jetzt natürlich nur 1 zu 2 weil ich kann was leisten ja und Rapid gegen Salzburg 1 zu 3 wenn du sagst 1 zu 3 dann sage ich 1 zu 4 okay ja ja ist wurscht das zählt nur der Cup genau gut genau dann macht es mit beim Tiespiel es geht um einen 10er Block im Crossfit Naloport im Schwächert das ist eine Crossfit Box eine kleine aber feine super Community dort und ihr könnt da gewinnen den 10er Block und dann dort mittrainieren es ist ein Wert von über 100 Euro also fast 200 Euro fast 200 Euro ja eigentlich fast 200 199 Euro hast du vollkommen ich weiß da kurz ich bin wieder halt von gestern es tut mir leid ich weiß da kurz unsicher ob 109 oder 199 aber du hast recht das ist 199 Euro also es ist mit Abstand der teuerste Preis den wir bis jetzt verlosen und ähm ja deswegen genau wie ist Stefan richtig gesagt der klein aber fein und ich denke mal die haben auch ihren Anteil damit gehabt dass Stefan dort fleißig trainieren geht dass er den Marathon durchgehalten hat also für alle die fit werden wollen dort seid ihr sehr gut aufgehoben genau eigentlich habe ich fast ausschließlich mit Crossfit für den Marathon trainiert aber coole Sache darüber können wir dann auch mal privat sprechen oder so wenn da wer Tipps haben will dann vielleicht auch nicht an mich wenden sondern an Profis aber wir können gerne mal darüber reden wie ich da trainiert habe richtig richtig der No-Go-Tipp der Woche gut Markus du hast eine Überraschung versprochen jetzt zum Schluss genau die wird nicht für mich sein oder nein die sind für unsere Hörer da draußen sowieso für dich du wirst jetzt nicht schon genug bedankt und zum Abschluss weil wir jetzt so gut drauf sind spielen wir noch mal den Rapi-Torhymne aber das war noch nicht die Überraschung ohrenkrebs das war noch nicht die Überraschung die Überraschung wird sein wir haben gesagt jetzt haben wir Midweek-Runde und danach das große Cup-Spiel zumindest für Rapid und wir wollen uns nicht nüppen lassen und werden am Freitag noch mal eine weitere No-Go-Folge rausbringen das heißt in dieser Woche die doppelte Dosis No-Go jetzt am Dienstag wo man es hört und eben am Freitag gleich noch mal mit der Analyse der Midweek-Partien und dem großen Ausblick aufs Cup-Finale Rapid gegen Sturm genau so ist es wir werden uns wir werden dieses Special einführen was wir aber zu einer regulären Sendung machen aufgrund dieser Woche wie es der Markus vorher erwähnt hat ich glaube auch aus Austria Sicht ist es nur fair zu sagen dass wenn eine unserer Mannschaften in einem Cup-Finale steht das dann auch noch genauer beleuchtet werden darf und uns genauer darauf eingestimmt werden darf und wenn die Austria im Cup-Finale stehen würde wäre das genauso wir werden aber trotzdem aus Austria Sicht oder ich werde aus Austria Sicht trotzdem da versuchen so realistisch und so hart wie möglich da meine Urteile zu fällen und werde natürlich jetzt nicht da irgendwie in Lobesfiebern und in Lobesfiebern einspielen und dem Soran Barisic taktische Tipps geben ok und zudem wird natürlich von deiner Seite auch das Austria Match bei Sturm analysiert ja das auf jeden Fall also es werden die die Spiele ähm von Mittwoch analysiert und wir tippen dann die die Zweitligameinschaften auch erst am Freitag richtig dann freuen wir uns wenn wir uns am Freitag schon wieder hören wünschen euch bis dahin alles Gute äh viel Spaß und Erfolg auch für die jeweiligen Teams äh jetzt am Mittwoch in der Midweek und macht's gut bis dahin genau ich wünsche euch auch eine schöne Woche bis Freitag und ich entschuldige mich sehr für meine Verhaspler heute und Versprecher wir sind einfach beide müde Markus und ich ähm und wir freuen uns auf eine ausgeschlafene Runde am Freitag mit euch Baba Passt Ciao Baba morgens bis breech bis 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 bis